Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 12. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1298, heute mit den folgenden Themen. Aeno, Relay, Whisky, Geburtstag, Ikea, Siri, Satoshi, Tesla, Unpacked und Karten. Hei, 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 heute gibt es Karten, Whisky und vielleicht am Schluss noch Kuchen. Wer weiss, wer weiss. Zuerst wird diese Episode fast sozusagen gesponsert von Aeno Infrarotheizung. Also nein, wird sie nicht, aber ohne den hätte ich die Aufnahme heute nicht machen können, denn ich bin in ein eiskaltes Büro gekommen und eigentlich wollte ich nur für die Aufnahme hier hinkommen und ich war schon fast wieder auf dem Weg nach Hause. Dann habe ich mich an meinen lieben schönen Heiz oder Infrarotheiz erinnert und konnte den aufdrehen und schnell war es warm und somit war diese Episode jetzt doch in euren Ohren gelandet, dank eben diesem Gerät. Tolles Teil, Testbericht wie immer auf daily.kiktok.co oder im Podcast für eures Vertrauens verlinkt, zum Reinlesen und Inspirieren lassen und falls ihr mal im kühlen Raum sitzt, eine coole Alternative zu anderen Heizelementen. Relay ist ein Testbericht, den ich geschrieben habe, also über die App Relay ist, was ist Relay? Relay ist eine App, mit der man Bitcoin kaufen kann und zwar so einfach wie noch nie. Innerhalb von einer Minute hast du ein Konto erstellt, wie das funktioniert und das Ganze umgesetzt werden kann. Ich zeige es in meinem Testbericht, da gibt es auch einen kleinen Promocode für all diejenigen, die es ausprobieren möchten. Promocode ist POGIPSI für all diejenigen, die es schon haben und vielleicht noch nicht eingerichtet haben. Nutzt den und habt Freude damit. Ihr könnt nämlich 0,5% weniger an Gebühren bezahlen, um Bitcoins zu kaufen. Und was ihr auch kaufen könnt, ist bald schon Whisky und zwar sehr, sehr exklusiver Whisky. Der McAllen in Latik, in Six Pillars, das sind sechs verschiedene Flaschen im französischen Glas mit Whisky aus dem Hause McAllen zu einem Rekordpreis bald schon. Also besser gesagt, vergleichbare Angebote gingen nach der Laufzeit für über eine Million oder fast eine Million über den Ladentresen. Splint Invest hat sich das Ganze gesichert für 750.000 Währungseinheiten. Wer sich daran beteiligen möchte, über die App von Splint Invest, auch dazu Link und alles verlinkt. Heute hat es nur Promocodes hier mit drin. POGIPSI50, wer nutzen möchte, bekommt ihr 50 Euro Startguthaben und könnt dann gleich den ersten Splint machen. Übrigens, in genau diese Flaschen zum Beispiel, Ende des Monats kommen die dann ins Sortiment mit rein. Und dann gab es Geburtstag. Genau, der Geek Talk, das Mutterformat von diesem Podcast, hat vor einem Tag, vor zwei Tagen, Geburtstag gefeiert. Und zwar der, ich kann nicht genau rechnen, 12., 13., und dann muss man noch die Jahre davor dazu rechnen. Wir sind einfach alt geworden, wieder mal. Und deshalb habe ich die Teamseite kurz und knapp überarbeitet. Ja, ich muss da noch ran, es ist nur schnell, schnell umgesetzt worden. Zumindest weiss ich jetzt da, wer wie lange schon mit dabei ist. Der Achim zum Beispiel seit dem 10.01.23 mit 318 Episoden. Der Maik mit 105 Episoden seit dem 10.01.23. Und ich seit Anfang und allen Episoden. Minus eins, da war ich nicht dabei. Genau, Happy Birthday, Geek Talk. Weiter geht's mit Lampen und da geht einem gleich ein Licht auf. Die Ikea hat mit den Pilzkot neue Lampen mit ins Sortiment genommen. Und zwar geschwungene, eine geschwungene Hängelampe für über den Küchentisch oder in der Küche oder irgendwie über einem Sideboard etc. Und ein in U geformt nach innen belichtetes Design-Element, was mir auch sehr gut gefällt. Und vor allem gefällt mir noch mehr. Beide sind die Regera-kompatibel. Heisst, ihr könnt es in Ikea Smart Home mit einbinden. Und ich gehe mal schwer davon aus, schlussendlich dann auch in die Matter-Geschichte. Weiter geht's mit Siri und wie ihr sie schlauer machen könnt. Mit einem Kurzbefehl, den ihr euch zusammenklöppeln müsst, wie Anleitung ist, in den Shownotes mit verlinkt, könnt ihr Siri dazu bringen, Resultate aus Chat-GPT zu bringen. Das heisst, wenn ihr ein Rezept möchtet, bekommt ihr nicht nur eine Liste mit Links, die ihr antippen könnt, sondern ihr bekommt gleich ein Rezept geliefert. Ja, für das habe ich meine Mela-App, aber wieso nicht? Da ist ja noch viel anderes möglich und viele tolle Geschichten. Sateshi hat rund um die CES einiges neue Produkte vorgestellt. Eines davon ist ein 4er-Dock, das 40 Gigabit in der Sekunde verarbeiten kann, mit einem Thunderbolt 4-Upstream-Anschluss sowie drei nachgeschaltete Thunderbolt 4-Anschlüsse. Jeweils die volle Geschwindigkeit wird unterstützt, eben 40 Gigabyte sind 2x4K-Display möglich über HDMI anzuschliessen und so weiter und so fort, hat noch einiges weitere an Schnittstellen. Das Ganze ist flach, das Ganze ist gut verarbeitet, wie man es von Sateshi kennt und für einen günstigen Preis von knapp unter 200 Währungseinheiten. Wer da also auf der Suche ist, nachschauen. Tesla-Menschen, die Tesla besitzen, so rum, werden Freude haben, denn das Preisen fürs Aufladen wird gesenkt. Der monatliche Preis geht nicht runter, aber die Einheit pro Kilowattstunde geht runter. Einzig der variable Preis zu Stosszeiten bleibt noch, aber die Preise gehen wieder runter. Somit hat Elon und sein Tesla-Unternehmen Wort gehalten. Sie sagten nämlich, sie werden oder haben nach der Erhöhung im Sommer oder wann das genau war, gesagt, dass sie vierteljährlich das Ganze prüfen werden und anpassen werden. Und das haben sie auch getan. Zum zweiten Mal in Reihe haben sie die Preise gesenkt. Auf den 1. Februar werden alle Samsung-Menschen und Fans der Marke blicken dürfen, denn dann ist das, was für Apple-Fans der September ist. Dann kommt das neue Flaggschiff-Smartphone aus dem Hause Samsung. Ja, was wird kommen? Das Galaxy S23 wird gemunkelt. Man munkelt in den Gerüchteküchen. Das ist ein 200 Megapixel-Weitwinkel-Kameralinse verbaut ist und ein 108 Megapixel oder respektive ein 50 Megapixel noch mit dazu. Also Kamera satt. Ihr habt Snapdragon 8 Generation 2 Chip mit drin, der im Sommer dann auch die Satellitenfunktion bekommt. Ich habe die Woche mal darüber berichtet, als das Ganze vorgestellt wurde und so weiter und so fort. Was mehr mit drin ist, wir werden es sehen, wenn es soweit ist und dann wissen wir mehr und auch, ob wir es kaufen können und oder wollen möchten. Genau. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten für alle Business-Menschen da draussen, die eine eigene Filiale, ein eigenes Büro, eine eigene Firma haben. Ja, dann möchtet ihr sicherlich auch auf der Apple-Karte euren Eintrag schön gestaltet wissen mit allen wichtigen und nützlichen Informationen. Die lassen sich neu über den Apple-Business-Connect-App mit integrieren. Ihr könnt euch da connecten und das Ganze für euch claimen, sprich euer Unternehmen bestätigen. Und im Nachhinein habt ihr die Möglichkeit, da die ganzen Daten zu verwalten. Etwas, was Google schon länger macht mit den Firmen, die eben sich eintragen können, eine Station claimen können und dann auch immer wieder angefragt werden, habt ihr besondere Zeiten über Weihnachten etc. Ich denke, das wird hier alles auch kommen. Es startet gerade in den Staaten und kommt in den nächsten Monaten dann auch weltweit für all die Firmen da draussen. Also husch husch, gründet doch schnell eure Firmen, eine Firma besser gesagt und dann könnt auch ihr euch bald da mit eintragen und auf der Apple-Karte verewigen. Na dann, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Wie gesagt, alle Informationen, Links etc. findet ihr wie immer auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und wenn ihr wieder mal Lust habt, könnt ihr gerne mal einen kleinen Kommentar, eine Rückmeldung, ein Feedback oder eine Bewertung auf den Podcatcher-Plattformen dieser Wahl, wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts usw. hinterlassen. Ich freue mich immer über Feedback, neue Themen usw. Euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag und wir hören uns bald schon wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.